Das war's für heute. Der Mann durch niemanden entgetragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du blickbern. Das wirst du blickern. Das wirst du blickern. Aber, danke. Zu mir, Wilson! Ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rekom, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch! Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Das sind vier Wähler! Ich hab' alles im Griff! Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt! Feger unterwegs! Ich sichere unsere Händen! Viele in den Lüften sind auch der einzige Pilot, der hier wirklich was kann! Die Story ist ja schon will, ist ja toll, aber so sind hier hingeschichten! Na, flieg doch nicht weg hier! Ich weiß, ich flieg gerade überhaupt nicht richtig! Und dann hilft's nur! Sag' ich mal... Ach, vielleicht die Schraumtechnik hier... Was er auswischen könnte, ja! Ja, der macht doch nicht so viel schon! Er ist mir eh nie gekommen! Was ist los? Es sieht überhaupt nicht schön aus, wie ich fliege, aber... Das ist mir gerade alles sowas von... Egal! Wer den nur runterbekommt! Waren zwar unsere, glaub' ich... Aber egal! Fiel den Effekt! Und da sind noch zwei! Na, sag' mal! Was fällt ihm auf hier? Ach! Ach! Echt? Oh! Mein Kollege ist weg! Das sieht gar nichts! Das war verdammt gut geflogen! Na, wenigstens haben wir nachher was zu erzählen! Alles Problem! Da sind Bomber! Die Bomber sind das Ziel! Konzentrier dich darauf! Oh, das sieht aber so schön aus wie alle, ey! Diese Wolken! Unten die Stadt! Oh! Oh! Mauer! Dann können die Schützen uns nur schwer erwischen! Ähm... Könntet ihr mal bitte in der Luft stehen bleiben am liebsten? Ich bin irgendwie nicht so schnell... ...bewandt! Oh! Scheiße! Die Wolken! Oh! Die Wolken! Oh! Das sind gar nicht sehr viele! Oh! Oh! Das sind gar nicht sehr viele! Ich lass dich nachher einfach nachgehen! Oh! Von der Besprechung hieß es! Du sollst von hinten kommen! Möglichst schnell! Oder von unten hoch ziehen, um Geschützen zu entgehen! Oh! Fliehen schon extra langsam! Trotzun... Huch, ich habe ja noch die Raketen, ich habe es ganz vergessen. Es geht da unten. Aber brauchen wir noch nicht. Na gut, die Bomber sind einfacher Ziele. Oh, scheiß Nachladen. Oh meis, das wird doch nichts. Oh, wacke wacke. Fliegen wir endlich alle rückwirt? So, endlich sieht er sehr komisch aus. Erstmal will er reparieren. Ist das unser? Ich glaube, ja. Da ist er. Meh. Oh. Mensch. Da ist doch ein bisschen Huff. Na gut, lassen wir mal. Na gut, lassen wir mal. Hä? Wo ist denn? Bei uns ist was. Was. Das war. Oh, was da? Oh, was. Oh, was? So, was das? Oh, was? Was? Oh, was war? Ja, wir haben ein Problem. Oh nein, jetzt kommt nur nicht auf deine Gedanken. Du wolltest doch einen Orden, oder? Ja, wir haben mal ein Zeppel. Das geht auch so nicht. Alright. Ja, bei den Flutsionen geht es, aber nicht bei solchen Titanen Luftschiffen. Dieses verdammte Luftschiff wird bei London erreicht. Alles von vielen weiteren Zielen festhalten! Ach, das ist die Linserzeige? Das ist ja heiß. Eieiei, es dauert aber dann. Ja, es dreht auch schon ab. Ja, mach ich doch gleich. Aber um die anderen kümmern wir uns erstmal gar nicht. Oh, ne doch. Den könnte ich dann haben. Scheiße! Oh, hätte ich den einen Schuss mal abgehen. Das dauert auch so lange, ey. Da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht, wenn das abstützt hier. Das Ding brennt! Flieg das gleich in die Luft! Na, erstmal will er reparieren. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird der Abheberlad. Äh, Urlaub nicht. Ich dachte echt, die zwei Raketen würden reichen. Jetzt komm! Oh, bin ich dumm. Ich dachte echt, ich könnte den noch Feuer zerstören. Jetzt nochmal von vorne. Die halten ganz schön viel aus. Dieses verdammte Luftschild wird von London erreichen. Eines von vielen weiteren Zielen! Festhalten! Ja doch. Ist doch noch alles gut. Ist doch noch alles gut. Jetzt. Ja, das bekomme ich auch irgendwie mit. Egal. Das wird auf das Luftschiff geballert. Ja, ja. Ach ey, ich... Warum lasse ich immer zwei Geschosse drüber? Warum lasse ich immer zwei Geschosse drüber? Na, kriege ich noch... ...den Flutzel runter? Nee. Okay, der nicht. Nicht. Jetzt ballern sie aber alles. Hä? 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 Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackbird. Du bist doch okay? Hey! Hol mir uns die Flagge! Okay! Ich geb dir Deckung! Cool! Das sieht ja... Das sieht ja... ...richtig fantastisch hier oben. Das sieht schön aus. Oh, das sieht schön aus. Oh, das sieht schön aus. Fritz hat auf... Fritz hat auf jeden Fall geschossen. Und auch... ...getroffen. Die Medienung. Fritz, echt. Ah, der Wind ist aber auch hier. Fritz, wir kommen! Scheiße! Ah! Hey! Bist du okay? Alles gut! Alles okay! Finde einen Weg zurück nach oben! Ich geh rüber zu der Flatt! Okay! Mach ich! Alright. Hört auf zum Ballern! Wir sind jetzt hier drinnen. Wer war denn? Fritz? Was? Erzählen denn einen Witz? Ach, das war ihm schlecht. Ach, das war ihm schlecht. Alter, das sieht aber so schön aus hier. Ach, das sieht aber so schön aus hier. Ach, das sieht aber so schön aus hier. Scheiße. Ein zweiter Bombenpokker, voll reich! Ja. Da muss man das echt auf Englisch spielen. das wahrscheinlich ist so mein freund fritz jetzt dürfen wir erst mal ein bisschen abkühlen jetzt so stützt er einfach nur so schade ok ich habe eben gerade auf hülsen geschossen weil ich nicht mehr wusste auf welcher seite ich stehe nicht mehr 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 mehr Vielen Dank.